Promi-Geflüster heute in Villingen-Schwenningen. Wir haben eine Premieren-Sendung heute, wo wir dabei sein dürfen. Wir, das heißt, meine Wenigkeit natürlich, und der Christian Lais hier an meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass ich bei der Premieren-Sendung dabei sein darf, Schlagerspaß mit Andy Borg, und es ist einfach sensationell. Schlagerspaß mit Andy Borg heißt es zurzeit noch. Ich habe schon irgendwie gehört, es soll noch einen anderen Titel bekommen. Schlagerschenke, genau. Ja, ich lasse mich überraschen. Wenn es dann ausgestrahlt wird, werde ich zu Hause schauen. Ich sehe gerade jemand vorbeilaufen, der darf jetzt gerne mal hier an meine Seite kommen. Komm mal schnell, komm mal schnell her. Genau, du darfst gleich wieder raus. Jetzt haben wir ihn erwischt. Komm mal ein bisschen rüber. Der Werner Kimmick, er ist nämlich hier der Produktionsleitung, Produzent, so haben wir es ganz richtig, genau, von der neuen Sendung Schlagerspaß mit Andy Borg, so heißt es bislang. Ja, so wird es auch vielleicht morgen noch heißen. Könnt es sich noch ändern? Das kann sich auch noch ändern, ja. Kann sich auch noch ändern. Das ist nämlich Premiere. Man weiß noch gar nichts. Aber ein toller Start für die neue Sendung. Ich wünsche euch auch das alles Gute. Danke. Und klar, bis bald. Irgendwie die nächsten Tage hier seid ihr ja noch. Ich bin mittlerweile hier. Ich bin mittlerweile hier. Ich gefällt es. Sehr schön. Alles klar. Machen wir mit dem Christian weiter. Sehr gut. So viel da dazu. Genau. Zwei Titel hast du heute präsentieren dürfen, aber eine Premiere war dabei. Komm mal ein kleines bisschen wieder rüber. Ich habe zum ersten Mal im deutschen Fernsehen einen deutsch-italienischen Song gesungen, weil ich ja italienische Wurzeln habe. Mein Papa ist Italiano. Und ich habe das Lied begleitet mich eigentlich schon seit Kindheit an. Das ist von Alan Soretti. Du bist die schönste Frau in meinem Leben. Und ich habe mir das selber immer für mich gewünscht, dass ich mal so einen italienischen Song mache. Italienisch-deutsch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Nummer gibt es auch auf Deutsch? Alles, was ich brauche, bist du? Genau, das haben viele schon gecovert. Claudia Jung hat es schon gemacht. Hoffmann und Hoffmann haben das schon gemacht. Einige. Aber ich glaube, es hat noch keiner italienisch-deutsch gemacht. Jetzt haben wir vor kurzem ein Foto gesehen von dir auf Instagram. Da sah es ein bisschen anders aus. Ich meine, wenn ich dir jetzt auf die Schulter klopfen würde, dann würde es durchschreien. Ja, es wird Auer machen. Ich habe einen Unfall gehabt vor circa einer Woche. Ich wollte in mein Badezimmer laufen. Ich habe eine nette kleine Katze zu Hause und die hat nichts anderes zu tun gehabt, mir vor die Füße zu rennen. Und meine Katze ist so ein Wasserfreak eigentlich. Die hat einen ganzen Boden nass gemacht und wo ich da reinlaufe, wollte der Katze ausweichen, bin ich ausgerutscht, bin auf die Schulter geknallt und habe mir das Gelenk gebrochen. Ach, du meine Güte. Aber dann wünschen wir dir gute Besserung. Wie lange geht es ungefähr noch, der Heilungsprozess? Ich schätze mal, so sechs Wochen wird es schon dauern, bis alles vorbei ist. Ein Physio und ja, ich bin zuversichtlich, bin heidefroh, dass es nicht operiert werden muss, dass es von alleine zusammenwachsen kann. Schauen wir mal. Dann wünschen wir, wie gesagt, gute Besserung. Und vielleicht ist ja bis Weihnachten alles wieder im Lot soweit. Das muss vorbei sein. Ich gehe ja nächstes Jahr auf Tournee zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe ja mein Album rausgebracht im Mai. Das Leben ist live und gehe zum ersten Mal ab März, April gehe ich auf Deutschland-Tournee und da mache ich verschiedene Städte. Acht Termine sind mal angefragt und ich freue mich riesig darauf, einmal jetzt eine Solo-Tournee zu fahren. Die Termine, die Städte, wo findet man die? Wo kann man nachschauen? Du, die findet ihr bei mir auf Facebook oder auf Instagram oder auf meiner Homepage steht alles drauf. Und würde mich freuen, wenn der eine oder andere da vorbeikommen würde. Sehr gerne. Vielleicht reicht es uns ja auch mal, dich beim Konzert zu besuchen. Und wie gesagt, Weihnachtszeit, die kommt ja jetzt dann. Wie wirst du Weihnachten verbringen bis zu Hause? Also Weihnachten ist für mich eigentlich ein Fest der Familie. Leider ist unsere Mutter jetzt auch nicht mehr da. Die ist ja vor fast zwei Jahren jetzt verstorben. Und wir feiern das eigentlich mit der Familie. Wir machen das ganz traditionell, badischen Kartoffelsalat mit Schäufele wird es wieder geben. Wir werden auch in die Kirche gehen, je nachdem Krippenspiel, wie die Zeit halt ist und wie die Kirche natürlich voll ist. Da ist die Kirche ja immer gerammelt voll, wenn es Krippenspiel ist. Und hinterher werden wir lecker essen, wir werden Musik hören und uns einfach einen gemütlichen Abend machen. Sehr gerne. Das klingt gut. Und in diesem Sinne würde ich dir schon jetzt eine besinnliche Zeit wünschen, Vorweihnachtszeit vor allen Dingen. Und für 2019 alles, alles Gute. Das wünsche ich euch natürlich auch und gesund und munter sollen wir uns im nächsten Jahr 2019 wiedersehen. Definitiv. Macht's gut. Dankeschön.